Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot von den Kinderhaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit dem Abendbrot von den Kinderhaus. John Lee, der fühlt sich wie Christoph los, obwohl es doch gar eine Bar war. Vor den Gefahren der christlichen Sehnenfahrt, fragt er sich kranker Heu. Das Küssen der Brot ist verboten, ich sag dir auch warum. Das Brot ist eine Konstruktion, das kippt beim Küssen um. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot von den Kinderhaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit dem Abendbrot von den Kinderhaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot von den Kinderhaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Abendbrot von den Kinderhaus. Geräusime,ginn des Kirchen, die Schuhen. Und jetzt das Prost ist ein Knall,ost ist ein Knall, auf dem Atomkan, wo sind sie vorbei Jugaboot von den Kinderhaus? Die Schmalkpumpe ist im Brot und er kommt es auch. Er hat ein kleines Brotes Gummibolt mit diesem Gummibolt von diesem Haus. Er hat ein kleines Brotes Gummibolt von diesem Alkohol kommen wir nach Haus. La 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 la. Er hat ein kleines Brotes Gummibolt mit diesem Gummibolt von diesem Haus. Er hat ein Knall. Heute kommt die Woll. Und erst im Abendbruch kommt ein Kinderhaus.